Hallo Thomas, wie sehr freust du dich auf diese Hausaufgabe? Das Ding ist halt irgendwie, ich dachte irgendwie, wenn wir jetzt die Hausaufgabe mehr einführen, dass wir dann so humane Sachen machen. Der Witz war, weil ich weiß ja nicht, dass der Gourmet, der hasst so die Fabriation. Wie viel Ranger war die Aufgabe? Ich glaube, das war Karatze, aber Ranger ist auch gut. Nee, das war Ranger. Hier mit Beef, Beans and Bacon. Wir wollen jetzt keine Steifwerbung machen. Wir hätten bestimmt noch ein anderes Produkt nehmen können. Und da denke ich mir so, Mensch, schnell abbeißen, sagen, schmeckt scheiße, Hausaufgabe erfüllt. So, meine Hausaufgabe ist, ich muss auch mal einen Beefy Ranger essen, aber ich muss die Scheiße panieren, am Ende Käse rüber und ich muss den Kacke jetzt braten. Kannst du vielleicht zwei panieren, dann kann ich meinen auch paniert essen. Stimmt, dann essen wir jetzt beide einen Panier. Okay, also du hast gesagt... Jetzt muss ich was machen, ich zeige dir mal was. Was? Ich habe zwei linke Hände. Und es ist traurig, ich werde 42 Jahre alt. Ich habe noch nie in meinem Leben was panieren. Weil bei mir war das früher so, wenn ich in die Küche gegangen bin und so alles, meine Mutter hat mir das alles nicht so zugetraut, die hat mir das nie beigebracht. Jetzt will ich nicht sagen, meine Mutter ist schuld, aber ich habe dann auch nie so ein Interesse für... Wollte ich gerade sagen, deine Mutter ist ja nicht 41 Jahre schuld. Was auch so traurig ist, als ich damals im Kindergarten war, weiß ich nicht, ob ich so nervös war und so alles, wenn wir da manchmal Kuchen gebackt haben und da war ich vier, dann durften die Kinder immer Ei aufschlagen rein und mein Ei ging immer daneben. Das ist lustig, weil das musst du auch gleich machen. Ja, wie viele Eier soll ich nehmen? Alle? Nein. So, pass auf. Eigentlich, wenn man jetzt einen Schnitzel hätte, würde man da so ein bisschen Mehl ran machen, dann Ei und dann die Semmelbröße oder Paniermehl und dann braten. Von der Firma, wir machen ja keine Scheibenwärmung, aber heute, das wird unterstützt von der Firma Leimer. So, pass auf. Zentrale Füge. Ich habe schon überlegt, eigentlich schmeckt mir das am besten, wenn man das Eiweiß trennt. Dann muss man so die... Eine alte, eine neue Sorge. Aber ich glaube, das will ich dir nicht antun. Du hast gesagt, du willst nicht zu schlecht wegkommen. Nee, wir wollen auch, du musst ja gleich los. Hier steht ja alles unter Zeitung. Ich habe zumindest schon mal hier... Du hast übrigens auch einen ganz modernen Herd, so mit Glas gerannt. Ich wohne hier schon seit 17 Jahren. Ja, das denkst du auch gut. Also, pass auf. Ja. Also, ich würde sagen, du packst erst mal die Rangers da aus. Okay. Die sind so widerlich. Ich hasse die. Ja, wenigstens leiden wir zusammen. So. Jetzt habe ich zwei Linken, es explodiert jetzt. Warte mal, und die packst du erst mal hier neben. Da legst du sie erst mal. Hier? Ich habe hier eine geile Sache. Ja, macht ja nichts. So, wenn es das widerlegt ist. Du musst es gleich essen. Das stinkt. Ja. So. Sehr lecker, Thomas. Ich bin sehr dafür, die Hoffnung, es da wieder abzuschaffen. Pass auf. Jetzt, ähm, also nicht das Ei trennen. Okay. Dann machst du jetzt das Ei auf und machst es da in die Schüssel. Okay, warte. Jetzt kommt. Ja, jetzt wird es lustig. Wie ist es mir auf jeder Garten? Ja, siehste, Thomas. Ja, Glück gehabt. Ei! Gar nicht so schlecht. Wie viel Schale ist da drin? Nee, was ist noch da drin? Ja, das wird mich hier runtergeputzt. Ja, sehr gut. Jetzt nimmst du die Gare und verquirlst es da so ein bisschen. Nur ein Ei? Ja, ich will jetzt nicht Eier verbrauchen. Von der Firma Ritzenhoff damals hier. Mickey Mouse. Nein, it's not the same as Wimpy. Das ist die alte Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Nicht so der moderne Quatsch. Pack doch mal die Hose raus. Ja, so schön verquirlen. Schneller. Hab ich noch nie gemacht. Ja, das macht sie. Das ist noch, oder? Ja. Ich bin eingefleischter Junggeselle. Ja. Und bei mir herrscht noch Zucht und Ordnung. Da macht alles die Frau. Natürlich nicht. Ja. Also sie muss das machen, weil sie merkt, okay, der kann das nicht. Das ist fast so, als ob du Suppe umrührst, aber... Na, was ist denn Knirren? Oh Gott, wie jetzt die Dislike so klingt. Macht dir das Spaß? Total. Ja? Nee, ich finde das geil. Vielleicht wird das ein neues Format. Kochen mit Thomas. Okay. So. Guck mal, wie schön das schon aussieht. Naja, das wird bei dir nicht besser. Vielleicht hätte ich einen Schneebesuch. Nehmen sollen. Okay. Leg das mal ab. Ja, was ist denn Knirren? Ja, so ganz schnell. So. Es reicht jetzt. 30 Jahre Liegserfahrung. So. Das kommt doch alles aus dem Handgelenk. So. Es reicht. Ja. Jetzt machst du hiervon... Alles drauf. Ja. Aus frischem Weißbrot. Wo macht man das auch? Okay. Nee, nee. Manchmal hat das auch so... Ja, natürlich. Wie nennt man das vorparfumiert. So. Wie viel? Machen wir ruhig so einen Teller. So. Voll. Ich sag dann Stopp. Ja, so ist gut. So ist gut. Wollen wir ja nicht übertreiben. Sehr schön. Geht dir eigentlich gerade einer ab? Also, weil das ist ja... Dein Wunsch... Und ihr wolltet eine Kochsendung. Nee, also ich koch dir Spaghetti-Bolognese. Mit extra Tomaten. Ich hab überlegt, ob wir das hier noch ein bisschen feucht machen vorher und so. Wir machen das jetzt ganz... Da fällt mir noch kein Bock mehr. Ja, du nimmst jetzt einfach das Teil. Ja. Nimmst jetzt hier die Gabel weg. So. Ja, gib hier. Ja. Sehr gut. Und machst das so richtig rein. So wühlst es da rum. Richtig schön rein in das Ei. Mh. Richtig schön alle Seiten. Richtig. Es wird nicht besser. So, warte mal. Die Herdpfanne hier. Ich muss den mal ein bisschen heißer machen. Ja, wir müssen da gleich Öl reinmachen. Ach, da ist noch gar kein Öl drin. Nein, bin ich nicht zugekommen. Ja. Ich helfe dir mal. Ja, mach das schön. Ich hatte jetzt wirklich keinen Bock mehr. Ich hab keine Zeit. Ich muss gleich jemand von der Schule abholen. Ja. Ihr merkt, hier wird noch Wert gelegt. Ja. Das Skript gibt es seit drei Wochen in der Schublade. Und du wirst sehen, die sind begeistert. Reicht das jetzt hier mit der Ei-Pelle? Ja. Und jetzt kannst du. Ja. Es ist schön, dass darin so schön. Das macht ja Spaß. Ja, siehst du. So schlecht ist es kommt gar nicht. Das macht wirklich Spaß. Ja, sehr schön. So. Ei, ei, ei. Und das machst du jetzt bei dem anderen auch. Echt, ja? Und leg das auch erstmal da. Nee, dann musst du das ja wieder putzen. Du bleibst hier auf der Kante. Gut. Dann. Gut, eigentlich sollte hier noch Salz und so ran, aber egal. Hast du nicht gesagt? Ja. Weil du dachtest, der kann schon panieren. Ich wollte ja auch Pfeffer ran machen. Du hast auch keinen Pfeffer. Ich hab keinen Pfeffer. Doch, ich hab Cayenne-Pfeffer hab ich da. So. Jetzt hast du hier so ein Uralter. Ja, du weißt, was man das hat. Du bist aber auch. Und deswegen mag ich das nicht, Leute meine Küche zu lassen. Ja? Weil man wird immer nur kritisiert. Also du, der seit 18 Jahren ist hier die Lampe kaputt im Kühlschrank. Scheißegal. Ja? Es geht euch nichts an. Ja? Ja? Ja, eine Masse ist doch gut. Die Masse ist super, ja? Ich glaube, wenn du weg bist, ich kaufe mir noch 20 davon. Was für ihr noch dann? Ja, Chef. Hätte er ja noch so eine Kochmütze haben sollen. Echtlich schon. Deswegen, wir werden die Hausaufgabe nochmal wiederholen. Was hältst du aber? Nee. Also wirklich hier, diese Hausaufgabenscheiße müssen wir nochmal überreden. Ich dachte, ich will quälen. Oh, jetzt hab ich kaputt gemacht hier. Ich dachte, ich will quälen wieder Olli. So. Das soll ja nicht schmecken. Nee. Das schmeckt ja so schon nicht. Und jetzt, wenn wir das schön anbraten gleich. Okay, Achtung. Ich mach schnell mal die Hände an. Die Herdblatt ist noch... Also eigentlich macht man das so wichtig. Das ist aber die Stellkopfklappe, ne? Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es noch viel zu kalt. Deswegen sag ich dir nicht. Weil jetzt wird schön das Fett eingesaugt. Weil wenn die Pfanne richtig heiß ist... Ich hole einen Pfannenwender. Also ich hab ja eigentlich alles. Weil wenn die Pfanne richtig heiß ist, ja? Ja. Dann wird nicht so viel Fett aufgesaugt. In das Panierprodukt. So, ich glaube, wir müssen jetzt... Entweder müssen wir schneiden oder wir müssen jetzt ein bisschen unterhalten. Wir müssen nicht schneiden. Wir können ja auch unterhalten. Also wie sieht das dann bei dir aus? Wie oft brätst du denn generell? So einmal Monate. Wirklich jetzt? Nein. Ich bin wirklich ein Koch. Hast du schon mal Spiegel? Ja, Spiegel esse ich schon sehr. Und das machst du auch selber? Was ich ganz gerne esse, ist so hier so Baked Beans. Dann so mit Speckwürfeln und so. Mit Speckwürfeln. Ein bisschen würziger. Also eigentlich machen wir das schön heiß. Noch viel mehr Fett rein. Und dann wird es schön knusprig. Ja, ich überlege, ob du das jetzt so 20 Minuten brätst, damit der Tomatengeschmack weg ist. Wie spät ist es? Ach, deswegen. Weiß ich nicht. Natürlich deswegen. Ja. So. Und da kommt ja nachher noch der schöne Pizzakäse drauf. Das Schöne daran ist, zeig mich mal. Ja. Dass wir jetzt wieder auch was erfüllt haben. Eine Hausaufgabe. Weil ich hatte Angst, das wird jetzt wieder so eine Nummer. Jetzt gerade am Freitag ist diese Rotzumwasser-Folge erschienen. Jetzt vor drei Tagen. Und jetzt machen wir es. Hausaufgabe erfüllt. Wieder was weg. Und das ist das Wichtigste. Weil ich habe keinen Bock mehr. Du hast so recht. Irgendwas zu versprechen. Genau. Das haben wir so gerne immer gemacht. Immer was versprechen. Und dann kommt immer. Pass auf, film mich mal. Ich bin jetzt bei mir hin. Dann kommt irgendwann so zwei Jahre später Entschuldigungsvideo. Liebe Leute, ich wollte mich mal bei euch entschuldigen. Ich hatte keine Zeit. Und dann ist von der Tür die Schraube abgefallen. Und mein Hamster ist gestorben. Und es tut uns so leid. Aber ich verspreche euch jetzt den 38.000 Stunden Podcast. Ich film das hier lieber. Ich kann diese Entschuldigungsvideos nicht mehr sehen. Wie findest du eigentlich Top Gun? Soll ich die langweiligen Geschichte, die ich im T-Shirt erzähle? Ja. Pass auf, guck mal hier hin. Okay. Schon sehr ausgewaschen. Es war schon vorher so, aber es wird immer weniger. Das habe ich in Santa Monica gekauft, als ich in Amerika war. Wie, das war schon? Du hast das so gekauft. Ja. Hä? Zeig mal her. Du hast das so gekauft. Das ist ja mit Absicht so. Film nicht so viel von der Küche. Die Leute sollen das sich sehen. Ja. Nee, ich war da in Santa Monica in so einem Laden. Ja. Und das war, warte mal, dann kam Maverick ins Kino, der neue Top Gun. Schnell, Platte hier ist krass. Ja, weiter mal. Du hattest in der Zeit lang gar keinen Herd, glaube ich. Hast du nicht vor kurzem mit mir da jetzt in der Küche gezockt? Ich habe immer noch keinen. Ja, aber dann beschwere dich doch nicht. Ja. Guck mal, ich habe einen Herd, du hast keinen. Ja. Okay, wende mal einmal. Ich will nur mal sehen. Ich will nicht sagen, wir haben eine Santa Monica-Geschichte. Ja, du darfst noch erzählen. Guck mal, wie gut das schon. Oh, sieht der aus hier. Das wird richtig lecker. Das wird ein richtiger Lifehack, den wir hier machen. Machen wir das jetzt so durchs Öl so ein bisschen, ja. Das war deine Aufgabe. Du hättest mir ein Öl reinmachen können. Ja. Nein, ich habe mir das in Amerika gekauft, das Shirt. Und weil ich habe Top Gun Maverick gesehen. Da war der im Kino vor knapp zwei Jahren. Das Lustige ist ja, dass... Stimmt. Das Lustige ist ja, bei dem Top Gun Film, der war doch schon viel länger fertig getreten. Ja, der sollte schon im Sommer... Nee, weil am Sommer 2019 kam der erste Trailer. Ja, und die haben ihn so lange zurückgehalten, wegen Corona, weil die halt wussten, das Ding wirkt... Genau, das Ding ist zu schade, um den im Stream zu verbraten. Die wollten dann unbedingt die Kino mitnehmen. Verbraten! Verbraten! Und dann kam der erst zwei Jahre später ins Kino. Und... Das macht man jetzt eigentlich auch nicht, aber... Ja. Das Schöne war, dass ich dann erst den ersten Top Gun nachgeholt habe. Ich habe den nie gesehen, ja. Nein. Und weißt du, was der beste wird? Das filme ich mal, das ist langweilchen. Du kennst doch bestimmt Hot Shots, ne? Ja, natürlich. Und... Top Gun ist inzwischen schon so alt, also... Dass ich immer zum Kumpel gesagt habe, so... Ah, bevor wir in Marry gucken, wenn ich noch den Top Gun in Essen sehe, meinte er... Du hast auch den Comedy Cut gesehen, Hot Shots reicht. Und der hatte recht. Übrigens, Hot Shots ist einer meiner Lieblingsfühle. Der erste aber nur. Der erste, genau. Vor allem, der hat im Deutschen mehr Gags als im Original, weil die Deutschen wieder so ganz viel im Hintergrund so Witze machen, die gar nicht vorkommen. Aber den zweiten magst du gar nicht, oder was? Doch, das ist ein guter Gag. Der beste Gag im zweiten, pass auf, ist, wie er die Patronen nimmt und so mit der Hand wirft. Ja, das haben wir schon in der fünften Klasse gesagt, dass das witzig ist. Ach so, jetzt bin ich auf deinen Gag gespannt. Wie ist Saddam Hussein da... Nee, was auch. Ja. Nee, das nicht. Das ist dann, glaube ich, so eine Apokalypse-Mauer-Anspielung. Da fahren so zwei Boote aneinander. Auf dem einen Boot ist Martin Sheen. Und dann auf dem anderen Boot ist Charlie Sheen. Und die sehen sich so. Und dann fahren sie aneinander vorbei und sagen beide, du warst gut auf Wall Street. Okay, das ist nicht schlecht. Und den Gag habe ich gemacht, als ich in Amerika war. Ja. Da waren wir da, wo die Börse ist. Also wir waren an der Wall Street. Und dann stand ich vor so einem Schild und ein Kumpel von mir hat, der diesen Gag mehr abfeiert, als du mit, du warst gut auf Wall Street, habe ich mich filmen lassen, wie ich vor diesem Schild stehe, aufzeigen, du warst gut auf Wall Street. Er hat sich fest pisst vor Lachen. Also so wie ich. So wie du gerade. Hast du jetzt gerade wieder runtergedreht? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, es riecht total verbrannt. Das ist die Chemie da drin. Ach du Scheiße. Ja, siehst du? Ich habe nicht aufgepasst, das ist von Amerika erzählt. Ja, aber so schmeckt es am besten. Baby, ich sage dir, es wird besser schmecken als vorher. Ja. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Ich weiß wirklich nicht, wie spät es ist. Ja, ich auch nicht. Nee, das reicht auch nicht. Du lässt es so drauf, pass auf, so. Und jetzt streust du da ein bisschen Käse rüber. Mh, das ist schön verbrannt. Ja. Also, das ist ein Scheißherd. Ich habe es jetzt mal ausgestellt. Das bleibt ja noch eine Weile heiß. Wir beide waren ja im Kochkurs, kannst du dich erinnern? Oh, in der Schule. Ja, und da wurde ja auch gesagt, bei so einem Herd hier, bei so einem Uraltherd, dass man vorher das ausstellt. Ja, jetzt streuen wir noch was rüber. Guck mal, ja, jetzt sind die schönen Nussbargeräusche. Okay, das reicht. Ja, guck mal, jetzt kannst du nämlich schön die Pfanne sauber machen. Oh, geil, wenn du das bist. Das ist eine schöne Erfahrung, oder? Ja, oder? Wir haben noch nie zusammen gekocht. Ich glaube, das ist so das letzte Mal. Ja, und du hast gerade gesagt, im Kochkurs haben wir damals gekocht. Ja. So, da haben wir ein bisschen das Fekte rüber. Ja, genau. Das machen wir dann gleich, wenn wir das auf den Teller machen. Hast du überhaupt einen Teller für uns? Weil ich nehme das ja nicht in die Hand. Sorry, das ist mein einziger Teller. Ich habe natürlich Teller. So, das reicht jetzt. Nur noch ein bisschen Schmelz. Ja, wir kippen gleich noch das Fett darüber. Nee, komm. Ich bin so schon fett genug. Ich muss jetzt hier nicht mehr durch den Beefy Reiter scheißen. Man wird ja nicht nur durch Fett fett. Ich weiß noch mal noch Fett. Kohlenhydrate. Zucker. Ja, gut. Kohlenhydrate, Zucker. So, wir essen aber hier. Weil ich habe keine Lust jetzt mit dir ins Wohnzimmer zu gehen und da alles voll zu stinken. Und du musst mir dann sagen... Das reicht. Das sagte ich ja schon. Dann hole ich jetzt zwei Teller hier. Ich bin jetzt gespannt. Ja. Guck mal, ich fülle ihn extrem nicht mal hinten, weil du ja nicht weißt, dass ich den Rest der Küche fülle. Und du musst mir dann sagen, weil du isst ja diesen Scheiß täglich. Und das stimmt. Ob das so besser schmeckt? Äh, ich bin kein Beefy Ranger-Fan. Das ist für mich auch nicht strafbar. Ja, und wieso? Ich wollte doch nur dich quälen. Ach so. So, ich esse es ja mal mit dem Messer am Gabel. Diesen Gourmet-Spaß. Hast du schon mal gefragt, warum wir nicht erfolgreich wären? Ich weiß gar nicht, ob das innen drin heiß ist. Ach, Scheiße. Ja. Das wird... Ja. Jetzt schieb das doch da auf den Teller. Ja, komm hier. Komm, mach das da drauf. So, du wirst doch Fett drauf haben. Ja, schön Fett drüber. Ja, ich will diesen Geschmack weghaben. Ja, warte mal. Man, du Stück Scheiße, komm jetzt raus. So, gut. Warte hier. Ja, bei mir noch schön Fett. Ja, egal. Dann kommt mal wieder Käse nach Milch. Wolle, will ich auch ein bisschen Fett. Ja, siehst du, jetzt ist es zu spät. Na, ich lege. Hm, 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 hm. So. Shit. Ich würde jetzt sagen... Boah, stinkt das hier, Alter. Ich würde jetzt sagen, du kostest... Und ich brech dann das Video ab, nachdem du gekommen bist. Wie machst du das? Boah. Warte mal, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Ketchup. Na, denn nicht schon wen. Denn du hast... Na, na gut. Ja, so, komm hier, so. Ja, du hast ja keinen Senf. Nur Weicheier essen Ketchup. Kennst du die Regeln? Ja, Leute. Alle, die gerade gerne Senf essen und diese Beleidigungsbeamensbund bekommen haben, er meilt auch euch. Ihr seid Weicheier, weil ihr Senf esst. Nee, die essen ja Senf. Und alle, die Senf mögen... Die, die Ketchup essen, sind Weicheier. Ja. So, wie kann man eine Bratwurst mit Ketchup... Boah. Also alle, die Ketchup mögen, schweigen jetzt drunter. Bermi, Kasper, ist ein... Weißt du nicht, Beleidigung. Punkt. Ja, okay. Und alle, die Senf lieber mögen... Was ist das? Vor allen Dingen die Füllung... Wobei, so schlecht riecht es nicht. Vor allen Dingen die Füllung ist wahrscheinlich noch nicht mal... Also, guck mal hier. Ja. Ja, das war so kurz, dass die Füllung wahrscheinlich noch kalt ist. Gut, Bermi, das isst du normalerweise sowieso kalt. Achso. Ja, deswegen schmügt das so wieder nicht. Und? Jetzt fehlt da natürlich auch Salz. Aber gut. Oh, trau mich. Diese Tomatenscheiße da drin. Und? Willkommen. Es kann ja nicht schlechter schmecken, wie das eigentliche Produkt. Es ist erlaubt, was wir hier machen. Dass wir sagen, das eigentliche Produkt schmeckt schlechter. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Dieser Ketchup hier, Hot Chili Ketchup vom Werner, der rettet alles. Der ist wirklich scharf auch. Der ist auch wirklich scharf. Der ist wirklich scharf. Weil sonst kennt man das ja, man hat Ketchup oder andere Produkte. Es steht da so scharf, kein bisschen scharf. Aber der ist wirklich so scheiße. Also, ich bin ja so Dreck gewohnt, wie du es schon gesagt hast. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Besser als vorher, oder? Schmeckt besser als vorher? Okay, wir haben jetzt, glaube ich, gerade für 50 Euro Energiekosten und mit Lebensmittel. Ja. So, Bermi. Jetzt, mein Freund. Nee, muss ich essen, oder was? Ja. Ja, wie soll ja. Achso, du filmst jetzt. Du kriegst keine neue. Oh. So. Ich koste jetzt mal. Hm. Boah. Du kannst ja noch mal vorher in das Ei eintunken. Nee. Ja, schön Salmonell. Ja. Und da nur Weicheier-Senf essen. Äh, Ketchup eigentlich gibt es auch keinen. Von Chili. Boah. Ich finde, es geht eigentlich. Man muss sagen... Hm. Boah. Was denn? Ist es zu heiß, oder schmeckt es nicht? Du hast mir ja die Hausaufgabe gegeben, ich soll das Essen kalt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dir die Hausaufgabe gegeben, damit meine ein bisschen leichter wird. Und so schmeckt es einigermaßen. Ja, oder? Also, was heißt schmecken? Also, man kann es runterschlucken. Ja. Ja. So. Das war Kochen mit Kasper und Freitag. Wenn ihr Lust habt, stellt es doch zu Hause nach. Filmt euch dabei. Schickt uns das. Wir veröffentlichen das auch. Reaction-Videos. 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 So machen das die coolen Kids. Reaction-Videos. Komm hier, Bevin. Bam. Schlag ein. Rot zum Wasser. Ja. Ja.